gerade vor dem internet etwas aufgerufen und dann wollte ich da so irgendwie weitermachen und dann kam plötzlich so ein ding ich bin kein roboter und dann sind da so Fenster aufgegangen und dann mussten wir das waren glaube ich sechs Fenster und dann mussten wir angreizen wo die zehn Zebrastreifen sind und dann habe ich mich jetzt vertipselt dann bin ich nochmal aufgefordert wo aber sind andere bilder kommen das mal rad fahrräder in fehler gemacht dann wieder nach Zebrastreifen gesucht und wieder vertipselt und das nächste bild kommen wollen wie erwies gewesen das sind bell draufgelegen und ihren jetzt wieder nach den Zebrastreifen fahrräder genau wieder falsch gemacht nicht jetzt plötzlich das wünschte zugang ich glaube sehr probleme im internet jetzt bin ich ein roboter mein lieber schule da war keiner mitgekommen ich glaube sehr gut Untertitelung des ZDF, 2020